Hey du Schlammblut, kommst du mit ins Kino? Ich kann nicht. Aber es läuft Dumbledore aus Geheimnisse. Ich muss erst die Aufgabe machen, sonst killt mich Frau Gonnegel nach den Osterferien. Ihr habt Hausaufgaben, nur Skirts machen Hausaufgaben in den Ferien. Ja, und wir. Was ein Farunculus. Aber du weißt schon, dass es in vielen Bundesländern keine Hausaufgaben geben darf? Ja, ja, in Askar-Bahn oder was? Nee, zum Beispiel in NRW, Bayern, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz oder Thüringen. Du bist wirklich ein Patronus. Ja, ja, silenzio, jetzt hol deinen Mantel. Mach ich nur noch einen Satz. Missetat will gangen. Tu nicht gut herein.